So Leute, damit mal wieder ein herzliches Willkommen. Ich habe gesehen gehabt, durch die ganzen gesuchten... Achso, warte, haben wir noch welche? Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, ob wir noch welche haben oder nicht. Das ist ja wie das denkt sich. Ich glaube, wir haben noch welche, oder? Haben wir noch welche offen? Ja, wir haben noch zwei offen. Lail, wisst ihr was? Wir sind schon wieder fast auf der Mille. Dinger, diese paar Missionen da noch zusätzlich. Dinger, wir sind schon wieder fast auf der Mille, weil da haben wir ja. Ich bin so stolz, so stolz und jetzt halt schon wieder so lockerflockig. Dinger, hier, ne Mille, ne Mille. Ja, oder? Perfekt. Uuuuhh. Ich würde gar nicht sagen perfekt, ich weiß nicht, ob ich da umgekommen. Beut ja nicht die Brücken oder irgendwas. Das ist jetzt ja... Das ist jetzt urs. Und normalerweise... Was ist denn da? Ja, oee, oee, springt bei der Hauber oder nicht. Das wird zu deppert dafür. Muss irgendwie schauen, dass ich da irgendwie runterkomme. Normalerweise jetzt, wo auch der Sand weg ist, soll... Okay, der Sand ist doch immer da. Alles klar. Also, es bleibt dabei. Es bleibt definitiv dabei. Dinger. Und ich wollte schon sagen, so, ja, der Sand ist weg. Jetzt können wir dort und dort hingehen. Ach, können wir nicht. Können wir definitiv nicht. Er hätte mir aber gedacht, trotzdem, dass der Sand weg geht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hätte schwören können, der Sand ist weg. Aber da ist jetzt wieder die gute Frage. Wie wollen wir denn dann da oben kommen? Wenn ich eigentlich im Prinzip... Könnte ich es mir eigentlich eh ausmalen, dass du von da gehst und links, da bist du eh schon drüben. Aber vielleicht... Na, würde ich gar nicht mehr so genau sagen. Nein, ebenentechnisch würde es sich vielleicht nicht rausgehen. Nein, ebenentechnisch würde es sich nicht rausgehen. Aber wieso in uns durchgehen? Da haben wir schon letztens diskutiert gehabt. Da haben wir wirklich schon letztens diskutiert gehabt. Wie soll ich da am besten durchgehen? Was ist jetzt? Ach so, wenn... Ja, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon, wie die Tee für nicht reinsteigen und die ganzen Dinger da... Okay, passt. Passt, das habe ich schon wieder komplett vergessen. Aber komplett. Dann habe ich wieder weggelebt, wie die Higgs hätte ich gesagt gehabt, oder? Ja, nein. Oh, mein... Ähm... Ja! Aber du... Der ist ja gar weggeklatscht, oder? Aber ist okay, nimmer! Digger! Aufpassen! Aufpassen! Ja, mei! Ja, mei! Wie steppert der ist da weggeklatscht worden, oder? Wie nix, fast! Gern mit Anschlag? Ja, takt man nicht! Takt man nicht, aber na gut! Aber so auf den einen oder anderen Blick... Na, sonst... Normalerweise kannst du von da oben auch nicht gehen! Na, 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 na... Normalerweise nicht! Es gibt ja auch nicht einmal eine Brücke, oder irgendwas, aber... Ich sehe da eine Kiste! Die gefällt mir! Die ist verdächtig, die Kiste! Wenn ich die öffne... Oh, das wär's! Kommt erst! Kommt erst! Aber da ist auch wieder nix! Ja, dann entweder dann wieder beim Eingang... Irgendwas in dem Dreherum... Irgendwo muss es doch einen Weg geben! Aber schade, dass die Reichweite nicht hält! Es wär super, wenn die Reichweite passen würde! Normalerweise sah man nicht ab, aber... Diggi! Normalerweise geht das die locker strecken! Locker! Das wär normalerweise überhaupt kein Problem! Aber der tut das so! Der schwächelt! Der ist ganz, ganz schwach bei der Hand! Oder es kann wirklich sein, dass er vielleicht... Nein, das kann ich jetzt zwar eher weniger, aber... Da steht sogar ein Schuxel! Hihi! Kann man nicht vorstellen, dass du dich... ...da oben schwingst mit dem! No! Nein, da drüben ist auch nix! Schau... Schau mir noch mal ganz kurz! Aber normalerweise... Nein, ich komm nicht einmal ansatzweise dort unten! Das ist ja, glaube ich, das Problem! Da steht eh schon wieder der Nächste! Und warte schon! Da will ich mich heimdrehen! Da fieks nicht! Nein, und da kommst du dann schon wieder in dem einen Bereich! Da kannst du dich einsammeln oder irgendwas so da durchgehen! Oder irgendwas in der Richtung! Normalerweise nix! Weil der spielt dich nicht so treppert! Die, 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 die Reichweite geht! Aber sonst nicht, oder was? Geh, man komplett beschweren! Geh, das Game haten! Ja, wurscht! Dann... Nein, es ist mir ehrlich gesagt eigentlich nicht wurscht! Aber ich weiß nicht, wie ich wieder umgekommen soll! Außer wir haben dann später irgendwie so ein Brücken oder irgendwas! Aber ich rede ja nicht einmal! Die Chance dazu, dass ich sagen könnte, okay, passt, wir haben eine Brücken! Oder ich könnte ja nicht einmal runterhüpfen oder irgendwas in der Richtung! Wir hätten eigentlich im Prinzip nur den Sand! Der Winkel macht es auch nicht aus, gell? Nein! Vergiss! Ich bin aber interessiert! Wird mich aber wirklich interessiert! Ja, abschießen! Da geben wir noch ein Stückchen! Kann man das mir nicht vorstellen, dass du da jetzt irgendwas abschießen kannst, aber dann gut! Das ist schon super! Und probieren kann man es ja, oder? Dass der Armour da oben spricht! Sonst ist es eigentlich... Du kannst aber nicht zuflüchten, so ein Brückenbomb mit deiner Arme, oder? Ich kann aber dafür was anderes aufbauen! Digga! Ähm, ja! Ich kann definitiv was anderes aufbauen haben, oder? Ja, muss schauen! Gibt's ja nicht! Vielleicht gibt's da sogar irgendwie so ein verstecktes Winkel, oder irgendwo, wo es genau nur bei einer Stelle hinkommen könnte! Das finde ich faszinierend! Der einzige Platz! Weil da verstehe ich's definitiv! Okay, passt! Wahrscheinlich von der Seite kommst du da so ein, das, 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 das! Aber glaubst du, ich hätt' bis jetzt jemals diesen Weg gefunden? No! Auf und und no! Beziehungsweise, ich hätt' mir eigentlich sogar gedacht gehabt, da tue ich jetzt das Korkodil weg ist, dass vielleicht dieser Sandsturm da auch weg wäre, oder? Na, ne, da mei! Ja, wir werden dann sowieso dann einmal... Ja... Hätt' gesagt, wir werden einfach nochmal da irgendwann einmal vorbeischauen, hätt' ich jetzt gesagt! Ich kann mir nicht vorstellen, nur wenn ich da jetzt in das ein oder andere Nestle drehe, dass da das ein oder andere verschwunden ist! Ja, weißt was, da scheiß man drauf! Mach' halt einfach ein bisschen Story weiter! In dem Fall! Mach' mir einfach beinahe halt ein bisschen Story weiter! Man weiß, vielleicht kommt dann irgendwann einmal so eine Mission, oder vielleicht kommt irgendetwas, wo es dann plötzlich so Klick macht und sagt so, ja, jetzt kannst du durchgehen! Und dann vielleicht kommen wir es... Ja, vielleicht kommen wir es sowieso doch mal an, also weißt, 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 also... Ich hab' so das Gefühl, dass was safe noch mal nach einer Basta kommt, wenn nicht nur durch die Puppe ist, sondern auch durch was anderes, aber na gut! Du bist selbst, wenn du einen Kug von dem Kugel gehst, dann kannst du ein Kugel hochdrager. So, ja, erstmal das Kugel mit der Kugel... Ouh! Der Kugel ist wieder so schön! Und dann kommt doch mal einfach so! Ich weiß, welche Kugel mal,иковische Kugel. Ich weiß, die Kugel! Ja, ich weiß, dass du einen Kugel, nicht nur durch die Kugel. Er ist ziemlich klein. Ah, okay, das ist Läuund. Oh, das ist Läuund. Ja, das ist super, das ist wirklich super, damit wir immer wieder zurückkehren können. Jetzt haben wir ja eigentlich eh nichts anderes, oder, zum tun, hätt ich jetzt einmal im Anhieb gesagt gehabt. Normalerweise haben wir jetzt eh nichts mehr zum tun, aber gut, dass die Alte da fragt. Ja, es ist wichtig, gut, dass die Alte fragt, so, ja, Herr Stavra, willst du wieder zurückgehen, oder das, oder das, oder das, oder das. Das ist schon wichtig. Oh, Serge, Serge, das, das ist mir mal wieder wichtig. Wieso ging das nicht mit Vivi, oder irgendwas? Das stört mich irgendwie ein bisschen. Das stört mich irgendwie ein bisschen. Warum ging das nicht mit Vivi? Schade. Wirklich schade. Wie will ich schon feiern, auch wenn sie nur Gast ist, oder irgendwas in der Richtung. Ja, wie würde ich schon feiern. Wie ist schon sehr, sehr stark feiern, aber ja, was soll's. Wir zählen auf den Kleinen, sonst komme ich nicht dumme. Jumai, ein bisschen eng. Kuppenkuschel. Ey, aber wo kannst du? Kein schlechter. Ah, komm. Jetzt komm. Komm, komm hier. Der ist korrekt. Der ist korrekt. Der ist korrekt. So, ich kann mich nicht. Ihr könnt euch nicht sagen. Ich will es unbedingt jetzt wissen, wie ist der Xandy. Oh, auf Superheld angelehnt, oder was? Wow, Alter, gut. Nein, auf zu slimmer Art. Zäger. Du, durch das schon mal zuerst einmal hinweg ist, also, ja. Erwarte ich mir jetzt dann doch nicht zu viel von Erna. Mit einem Schlag, Digger. Die Prä-Vie-Schummi-Wieder-Wiesen, oh, Wahnsinn. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt mal Nami, wo ist hier? Oh, shit. Hier gibt mal eine Peitsche. Ja, Nami macht das schon, der macht das schon zwei, drei Hindleys. Hätte ich gesagt gehabt. Oh, shit, dass du wenigstens Ermer greifst. Der hat anscheinend angelevelt. Der war Fati Navara. Oh, sehr. Der hat wenigstens zwei, das ist schon mal wichtig. Wenigstens zwei sind Meier gegangen. In seinen Nüsschen. Wichtig und richtig. Wie viel ist das? Ausatmen? Der hat man sich nicht öffnet. Der hat sich auch nicht öffnet. Der hat sich neu geschlafen. kommen oder irgendwie die schon wieder jetzt viel zu tun die lüscher mit der jetzt viel zu tun gespart der nächste war Norden Juli war schon stolz hat sich auf eine Mille bettet er wird sich wieder eine Mille verlangen er hat mich so schon drückt die 2.000 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 Das wäre jetzt zu schön, um wahr zu sein. Das steppert dafür. Das ist schon schlecht. Ja, es ist ja auch genau richtig geschissen platziert. Das haben sie aber mit der Absicht gemacht. Das ist so geschissen platziert. Aber ich kann es nicht doppelt machen. Wenn der Haarwagen da mal in der Luft ist, dann kannst du es vergessen. Ja, du kannst es vergessen. Das wäre es. Das wäre es. Ich muss schauen, dass ich da irgendwie aufkomme. Das wäre super. Das wäre voll geil. Wenn der Affe kommen würde. Wirst du auch ein bisschen ausschauen? Das ist ja extrem ausschauen. Oh! Okay, okay. Wir haben es. Wir haben es. Ja, bei dem Flecken werde ich dann safe Affe kommen. 100%. Bam, bam, bam. Einmal Wechsel hier. Und schluss Bobali. Und dann, ja, jetzt werde ich safe Affe kommen. Ne, jetzt werde ich safe Affe kommen. Jetzt werde ich safe Affe kommen. Oh, der hat ihn einige gegeben. Bist du deppert. Ja, wenn Zorro hier legt, dann muss ich aber auch liefern. Oder ich recht. Ja, oder ich recht. Aber Lissabau kann nicht mehr so schlecht haben. Ich bin brav ein in die Fresse. Wie so ein Sumo-Slammer-WWWI. Scheiß. Da habe ich mir jetzt gerade mehr erwartet von dir. Na, Armin. Da habe ich mir jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr erwartet. Aber ich glaube, SP-mäßig kann es nicht so viel. Ja. Immerhin, einer weniger hätte ich gesagt gehabt. Oh, Raffi. Oh, shit. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Er klatscht in einer und er geht's auch. Und tschüss. Aber ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie raufkomme. Es wird schon super. Dass ich mich da jetzt herum swingen kann. Oh. Wollen das aber? Tagebuch? Das habe ich schon wieder komplett vergessen. So ein Tagebuch. Havara. Ne, 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 ne. Okay, ein Havara will ich jetzt einmal. Ja, richtig und richtig. Haha. Unkleber meine Kisten. Sehr gut. Geldtechnisch. Geht da vielleicht ein anderes weiter? Oder? Ich hoffe es. Ihr könnt da vielleicht ein bisschen Geld gebrauchen. Ich so. Ihr könnt da definitiv ein Geld gebrauchen. Havara. Ich bin schon da. Bin schon da, Chef. Ja, ja, ja. Da hat er frei, da hat er sich. Da hat er frei, da hat er sich. Uh, neuer Gegner. Ganz, ganz neuer Gegner. Ein Gebrüte. Glaubst du wirklich, dass Zoro bei den Gegnern fallen wird? Tch. Ich bin gespannt auf den Skarapios oder was das nochmal für ein Viech ist. Ah, wichtig. Sehr wichtig. Aber mit Zoro jetzt einmal hinlegt. Havara. So viel Schauen macht er jetzt auch nicht. Okay, passt. Oh, shit. Das ist es. Das ist es. Immer immer da keine Zoom. Immer immer da überhaupt keine Zoom. Frag mich her, wie es mit dem Skarapeo Start geht. Ja, G2 schmeckt. Ja, genau. Dass das ein Slime-Reyer effektiv gewesen ist, passt das eh. Ja, also ich glaube, das steig mal weg. Alles klar. Ja, aber das ist auch wieder erledigt. Mit einem P-P-P-Bonus. Wichtig und richtig. Okay, interessant jetzt. Das finde ich jetzt aber interessant. Das ist dann wieder ein komplett anderer Bereich, oder wie? So, dass der jetzt dann quasi nicht zählt. Oder wieso, wenn der sonst drauf gekommen ist, Havara? Die ist ja lustig. Ein bisschen zart, wenn man nirgendwo überspringen kann. Wenn man es könnte. Sagen wir es mal so. Ah, sehr gut, sehr gut. Das finde ich doch wirklich ein bisschen zart. Aber schauen wir es sich noch an. Schauen wir es sich noch an, hätte ich gesagt. Was weiß, was weiß, was weiß. Den haben wir schon innerhalb von einer Runde gebetet. Haben wir eh noch so ein kleines Assi-Märmel da am Start. Er macht das schon mit seiner Kugel. Ich würde mal sagen, der Havara ist schon mal weggeklatscht worden für den P-P-P-Bonus. Ah, Prost. Prost. Prost, Nami. Prost. Prost. Perfekt. Perfekt. Und das kleine Stickerl umweg mit denen. Des geht dazu. Ja, 6000 schmeckt und ja, dass du diesmal eleveln musst. Jetzt habe ich überlegt gehabt, ob das vielleicht sogar ein bestimmter Winkel hätte sein müssen, oder irgendetwas, was ich meine. Ja. Komischerweise, das geht sich aus, aber sonst nein, oder was? Da liegt mir wurscht. Fast eh wo, wo wir vorher umgeschissen haben. Eieieieiei. Wieviel haben wir denn jetzt? Normalerweise sollten wir schon wieder eine Mille haben. Denke mal, denke mal. Tschüss. Sollen wir den mit der Mille holen? Ja, ist schon super. Aber die ganzen anderen Sachen sind auch köstlich möglich, aber wir kommen sicher mit relativ viel Geld wieder zurück. Würde ich jetzt einmal behaupten. Was? Genau, Dega. Ja. Och, wo und behalten wir sich nur im Hinterkopf, dass wir den Havarata haben. Ich würd' sagen, wenn wir wieder zurückkehren müssen, und das werden wir auch, dass Adadas wird sich auf ihm. Oh, Pistelteppert. Oh, ne, ich will mir euch. Nami, Dinger. Attraktiv würd' ich so dermaßen nur auf Stärke machen, die alte Pistelteppert. Und tschüss. Der Nami ist krank. Der Nami ist ganz, ganz krankes Niveau. Oh, schau. Und da ist der Havagerdauer wieder erledigt. Lüppel ist so biskomm ich der Einzige, was nicht auf die 2000 ist. Das ist das Gefühl. Passt. Aha. Das holen wir sie auch noch. Ist eh klar, ist eh klar. Gönne, gönne. Passt. Aber jetzt. Da kann ich ja wieder nicht oberhupfen. Der Lustige. Ich bin gespannt. Ich freue mich, wenn ich da noch mal noch nicht mehr Wüste sehe. Oder irgendwas in der Richtung. Da bin ich wirklich schon gespannt. Ich bin 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 gespannt. Oh shit, Lisa macht mich wieder auf ernst, bis die Paz. Und, schau mal aus. Lisa bist da, sagen wir es mal so. Aber ich freue mich dann schon auf die anderen Charaktere, wenn die dann auch ein bisschen wieder ein bisschen was dazukriegen, sage ich jetzt mal in dem Fall. Weil letztes Mal hat eigentlich quasi fast Zoro, Raffi, Nani, Lissab und ich glaube ein bisschen Sanji einen Bonus gekriegt hat von den Fähigkeiten. Und die anderen sind da so ein bisschen so linksliehen geblieben, also eigentlich im PCW. Ein bisschen hat Sanji auch gekriegt, da war nicht viel, das ist ja das. Aber Robin oder Chopper, fast gar nichts. Gut, der ist, gut, der ist wahrscheinlich. Oh, schweigt. 1300, uiuiuiuiuiuiui. Ich glaube, wir da mit uns, sicher. Klammerwechsel, kann ich nicht wissen. Weil vielleicht ist das was Leihandes. Ah, das kann ich nicht so. Vielleicht ist das was Leihandes. Also, wir hätten sowieso aufwägen müssen, oder wie? Aha. Aha. Einfach mal ne Staubtafel mitgelassen. Alles klar. Passt, gut zu wissen. Definitiv gut zu wissen. Einfach mitgelassen. Töger. Nehmen wir schauen. Ja, ja, wir haben schon da auch gehabt. Das ist ein Würfel. Warte mal. Haben wir sie da rum. Dann kriegen wir den Würfel. Besser. Gönne, gönne. Warte mal, ich weiß nicht. Warte mal, ich weiß nicht. Wollen wir da eh suchen, Leute. Um die ganzen Würfel und alles drum und dran. Das wir da auch wirklich am Ende des Tages alle kriegen. Aber dennoch. Okay, haben wir. Okay, bei der anderen Sache ist eh schon wieder wurscht. Ja, dann gebe ich dir da ein bisschen was dazu. Du bist wenigstens fertig. Aha, der doch so der hat Herausforderung. Es sollte die vielleicht auch mal angehen. Weil klar glaube ich. Ah, der ist nicht. Töger. Töger. Vielen Dank.